Kurz erwarten könnt ihr auch aus der Spirale, also erst nochmal in Spiralen, sechs Stück am besten, nicht auf den Boden kommen, so von der Spirale einmal jeden, also praktisch mit dem Daumen festhalten, wieder in diese Kuhle rein, aber jeder festhalten. So, wenn ihr den hier habt, müsst ihr den etwas noch umschieben und loslassen, damit ihr den hier fangt, also da, fangen, nochmal, so, Spiralen, runter, fangen, so, und da müsst ihr acht, das muss jetzt schnell gehen, so weit es fangt, muss der weitergezogen werden, und am besten neben dem Band, also das Band ist an euch, der Bandschwerb, weg von euch, dann wird ihr nicht dagegen kommen. So, rein, zack, und hier schon weiter. So, das könnt ihr jetzt hochziehen, alles. Und hier geht es runter, zack, und da. So, rein, zack, und da, richtig nach oben, bisschen mit Kraft. Immer darauf achten, dass der Bandschwerb entweder innen oder außen vom Band weg ist, das klickte da rein, und dann kann er nicht mehr nach einem Wurmwerk. So, rein, raus, und da. Los facebook noch, los sind, los sind. Los, los, los. Lieber sein. Da. Da.